Okay, also wir trainen jetzt noch nicht Powerpicks, Kevin. Wir bauen Ornn, Es. Dann können wir noch mal überlegen, ob wir jetzt die Leona bannen oder was wir damit machen. Ornnnnn. Ezreal. So, was ist jetzt Varus und Jinn sind noch offen? Wollen wir Leona bannen? Ich fand... Boah, bestimmt schon. Also Midlay war es halt super erneuig, ne? Dann auch Malzer. Dann lieber Malzer, ja. Ja, aber dann habe ich halt nix gegen Zoe, ne? Wenn der jetzt Zoe fixiert. Was ist mit Xerath? Xerath super wird gegen Zoe. Warum? Ja, weil du ja Immobil bist und ihn quasi nicht outpucken kannst. Also, der kann mich ja all day einfach anehren und ich habe ja keinen Counterplay. Kannst du denn gehen? Der springt ja zurück. Ja, aber du kannst ja den Q-Chargen dahin und dann wählen. Ist ja alles in Range. Ne, ne, ne. Also, das Match-Up funktioniert wirklich überhaupt nicht. Das ist... Äh, was? Pikmin? Aha, Pikmin-Gin. Das mit... Galio gegen Zoe. Oh. Was hast du denn noch gegen Zoe? Und das mit Java gegen Zoe? Äh, ne. Kannst du auch nicht spielen. Könnt's mir Bo-Gunner geben. Kannst du jetzt Bo-Gunner picken? Bo-Gunner? 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 Verliert auch hart. Bo-Gunner finde ich nice. Passt auch gut mit Gin. Können wir auch noch flexen, oder? Ja. Spiels auch top sogar. Da seh ich dich. So, der Kiebschweter ist ja eh wieder genau. Seh dich auf eine Annie. Oh, seh ich mich auch tatsächlich. Ich bin so, ja. Ja, jetzt haben wir K60 gewandt. Wollten wir K60? Haben wir eben gewandt. Letzte noch an. Oh, okay. Sollen wir den Top-Laner jetzt picken, oder? Ähm. Wird sie ab und zu Morgana noch nicht? Das ist halt die Frage. Wir können das halt immer noch auf Flex. Die Mauka halt nice. Also, ich push halt nur 24-7. Ne, ich würd die gerne nehmen. Dann pick mir Lee Sin. Oh. Die Antwort halt. Dann lass. Wollten wir mal. Also, wir haben jetzt noch Bot-Lane offen. Mh. Irgendwann hat er gar nicht spielen wollen. Irgendwann hat er gar nicht spielen wollen. Ähm. Das ist das dann an der Bann. Wahrscheinlich. Und Leona vielleicht? Joa. Ist gut an. Oder Alistar oder so? Ne. Leona könnte auch was. Das Geschichtssablauf spielen. Okay. Oder Tarm. Bann. Was? Ne, ne. Ist ja die Frage. Wenn Tarm in Frage kommt, dann können wir auch Leona offen lassen. Ah, Leona ist ja generell schon. Ah, die denkt, ist Morgana Support. Die Noobs. Mh. Wenn wir jetzt halt Leona bannen, dann wissen die, dass es nicht Morgana Support ist, ne? Ja. Oh, nein. Ich würd trotzdem mal bannen. Oder halt Braum. Oder Braum. Aber wir müssen ja wohl stehen. Ja, Leona. So leise irgendwie nur oder nur bei mir? Ja, der ist grad einfach wieder. Hallo. Ah, schon besser. Ich guck grad bei Zoe Winrate. Midlane Champions als Zoe Counters. Zoe. Warte mal. Zoe Counters, Zoe. Hm. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass er neu ist, dass es liegt mit drin. Schreiben wir. Das ist mir auch neu. Ne, Nabhan. Xerad hat echt ne gute Winrate gegen Zoe. Vielleicht bin ich einfach dumm. Wer denn? Xerad hat ne gute Winrate gegen Zoe. Xerad ist PS. Ja, du kannst ja noch Save Wave Clearing, der ist ja broken. Ja, ja, lass mal. Seegeband. Den. Mh. Xeradine, Alter. Wir haben doch schon mitleihen jetzt. Ich würd jetzt top picken, wir haben ja top ist ja schon gezeigt. Äh, was wollt ich? Ich hab keine Ahnung, wo man jetzt sagt. Ja, pick's schon. Da dadada dadada. Da dadada dadada. Da dadada dadada. Bevor wir jetzt hier noch nen Dodge kriegen, weil wir nix picken. Ja, nicht das erste Mal, dass wir das schaffen. Ich hab keine Kalister. Kalister wird ihm irgendwie gar nicht sehen. Kalister wär aber schlecht gegen Xin. Saja ist da schon besser. Uhhh. Da ist der Jean Support. Da ist der Jean Support. das wäre jetzt mit der morgana support und kassadin in der mitte können wir machen aber wir kommen halt wieder mit klar wenn wir keine pushbüscher mit haben also ja ich will nicht ohne pushbüscher mitte spielen also ich ausge die halt hart auf der sideline so aber glaube nicht dass wir das dafür also wir können jetzt selber brauchen wir brauchen das halt nicht so was er mit cyber support vielleicht jetzt immobilisch wo kamer gut kameran habe ich jetzt auch drüber nachgedacht am ende okay also das war eben gesagt haben wir haben alle gesagt was ping was kaufen keiner hat es gemacht der arme kutscher ja gut dann hat man aber keine stehen ja dann müssen wir mehr darum arbeiten dann lasst uns das ansonsten an laki das early game du hast alles erzählt das war klasse das wollen wir nochmal das war supi jetzt kommen dein mic und auch so depressiv zu sein dahinten ich höre in deiner stimme ja schon dass du ja ich habe schon wieder zehn minuten gewartet das hat mich schon wieder in trance weil ich dann dachte jo ich habe was zu tun ja aber jetzt sorgt man dafür dass den abend durchzocken kannst du nicht nur den vorabend ja wenn ich in game beginnt wieder wobei jetzt die chance lecken wenn man so viel wartet dann ist egal jetzt einfach vor der konzentration und elektro cute ich spiele auch oft elektro cute aber seit schlechter so dass heute sollte man auf jeden fall haben wir lieben dafür ist kutsche ja dane ja wir werden jetzt mal die länge sind das ist doch hier kommen der erste schon mal einer positiven einschläge wie ist dein pink kevin und rechts er sieht doch der reißt sich zusammen da können wir uns auch zusammenreißen wunderbar jungs ab geht's dann ist es dann ist es 39 jetzt kommen wir mit gut die kleine ficker alter lecken mich in loading screen wurden die bekehrt irgendwer bei denen hat mit dem oder ist ein kleine scheißkinder ja es ist toxik stehe ich auch zu du hast du einfach mal die so hier in den kill mit ihm das ist ein joke bamm bada bamm bamm bada bamm weißt du worauf ich mich sehe? worauf? den kha'zix hier zu killen schön ich hab immer gutes maul gekriegt du weißt du worauf ich sehe? wollen wir einen raptor watch stellen? dann können wir gucken wo die starten blubar ist am wäden wirklich? weißt du wie der startet? blubar late invade da sehe ich mich der raptor ist mal gewordet warum nicht? wir sind stärker wir beide sind stärker? der startet da durch ja kann einfach vorbei sneaken aber du musst dann riskieren dass du da solo startest ne? der kann ja nicht über die wand drauf willst du den machen oder was willst du machen? ja ich will also late invade wir haben halt keine kha'zix hat die kalister aber schon oder? du wirst ja mal bitte pushen die einmal gehen raus ja ja ich bin echt hier secure so oh sogar die kalister kha'zix kha'zix ich verschen die jetzt richtig schön da rein mit dem scheißen mili support willst du das machen? was ist jetzt der plan? rede rede wir entspannen uns alles cool ok bin im solo start besser als kha'zix nice das war ein bisschen gut wir hatten ja 7 cs die kalister hat man Watt gemacht push it to the limit let's go let's go let's go der ist echt die 8 wenn der vielleicht zum red buff gelaufen ist oder so flash kill ist da raus flash kill ist da raus nice blöden flash halten der hat noch nicht überhaupt das gemacht auch noch nicht blue bist du wo kha'zix ist? ne aber der ist so weit von der was ist der flash tauntet oder so ich hätte es mal im red von aber hat er den gestartet? der ist wahrscheinlich der ist laid dran der ist laid dran ach ihr habt ihn dann blue und adoptet ja 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 ich hab den dann blue und adoptet gar nicht mehr ich hab den sie könnte euch ein ward ich hab den 30 ich hab den mitkrieg ich hab den mitkrieg wir können jetzt wieder pushen und die saun blue ist jetzt top seite? ja ja das ist ja kein flash ich bin da die ultrasave k6 mittel ich kann kommen hat sie im bein ich hab guter krieg hat sich kein fleisch kommt zu dir kommt für die sonne die mummi jetzt komplett immer noch kompletter kompletter aus der warte ist kein fleisch ja kein fleisch und aufpassen ist der einzige ist die einzige gefahr ich sollte es einmal hart pushen, dass du uns resettet ich mach enemy grump gerade was ist denn das für ein skin alter die pakete sehen einfach komplett anders aus ja ich bin noch dran kommen wir jetzt karsix hier muss flaschen er hat noch flash oder ja ja was du da geil alter nice good job bot oh what ich hab übel high ping gerade ich hab echt nicht gedacht dass das gut ausgelassen so bekomme ich hier alter ich hab grad nen übelsten high ping alles gut nein chen hat keinen flash wir dürfen nicht beide dodgen naja good job haben wir der ist tot ha 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 nice weder nicht immer die auf die scheiß midi supports die bubble aber das hätte auch so schief gehen können gerade mal alter ich hab einfach versucht beide genau gleich zu dodgen hätte er uns früher getornet wäre wir glaub ich gut am arsch ich dachte die hätten mittlerweile gefixt dass ich die zweite instanz der bubble ich hab den backshake ähm ich kann immer noch nicht nicht funktioniert nicht nur nika jetzt im cleanse haben sie gefixt ah weil der debuff quasi schon drauf ist du kannst nur den debuff deny egal das hard push in an base ich hab 2k gold wir können jetzt über bot den hearts ich bin soo hart gefiedelt ich mach so viel damage jetzt das ist komplett lächerlich haben die für sums geused unten äh keine kein flash auf shen und kein heal so ihr moved gerade Richtung bot also wir können den shen einfach umbörsen der ist dann immer noch kein flash der würde mich interwappen wahrscheinlich der freeze ok wir müssen damit leben ich hab zuviel gold ich komme hier ja shen moved jetzt shen moved jetzt hier kasi ja schneidest drauf kenne sind drei sekunden da am besten jetzt raus 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 friesen weiter bot good job goodie ok nice 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 erddrache wir können das wie gesagt wenn wir bot pressure wenn wir die zumindest einmal backforcen dann können wir sofort den drag machen hat sui geflasht ist ja ne ja ne keine ahnung doch ich glaube ich schon ist auch so ich glaube ich schon dann lebt die kalister wird wahrscheinlich vor uns level 6 jetzt müssen wir aufpassen ich bin für den early sides noch gegangen damit wir unten dem ja ja also ich gesagt ja die die kalister wird vor uns über 6 und denkt dran ne top mitte wegen shen ultimate aufpassen hier ist gepinkt grad sie lässt ja für die ganze zeit die q auslaufen weil sie zu dumm ist zu drücken oder wird weil es erklärt die pinker wäre auch ja 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 das spiel wahrscheinlich so jedenfalls in den busch kalister wird wahrscheinlich mit der wave 6 die trifft einfach nix ich kann rein pushen ich kann rein pushen ja kalister ist 6 der ist hier kalister kommt mit bot lane kann wir movem pass auf denk dran kalister ult plus shen taunt ist super viel range ich bin jetzt auch 6 willst du noch was machen soll ich movem kannst du bot kommen kannst du bot kommen ja ich movem go 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 auf shen ja ich movem ich brauche noch ein bisschen boom nice bot hört wenn wir können kalister ist auch super low die kann nicht mehr movem so die kommt von hier geh da raus good job wo ist kassix kassix die below us base sollen wir bot lane turret pushen ja 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 er wird wahrscheinlich zu seinem blue gehen der ist super low der ist direkt nicht besser der ist eh auch noch der tower besser ich den tower besser dann können wir rotieren kriegen wir ihn mit jinn das ist die frage ja 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 die können die ja wechseln äh dings kalister das ist perfekt kassix ist auch base das ist die nix die ist da noch also bis kassix da ist es dauert ja die haben aber shen ult ne ja ich hab bitte aber pressure good job mit resetten 1-5 auch wir können den pink noch klären jetzt mal trappen vielleicht ist die dumm weißt einer wo kassix ist hast du hier vielleicht sicherheitshalber movem gleich wollen wir swappen wie sieht das aus oder wollen wir nicht swappen wir machen die ja 2v2 wahrscheinlich ziemlich nass grad ok du bist safe ne ich kann raus ja ich hab's gesehen war mir nur nicht sicher ich hab auch zwei pinks dabei we blend erst auf level 9 ok wir wissen nicht wo kassix ist ne kassix ist hauptwortzeit jungle clear und wir haben hier wards ich hab einen 30 ult wir haben keinen tower zum wir können die so weit runter chasen wir können einfach über lane gehen kalister ult ist noch auf cool an kassix top pass auf der wird hier rein checken jetzt schon ja ja der ist da der ist da wir wollen wir da gerade ja gut willst du kommen johnny ich komme oder kassix der top sein lass einfach weg machen sie raus die scheiße oder ich hab mich hier glaube ich ich stelle jones around mit grad mitte 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 ich hab ult ich hab ult da können wir gleich was machen nein es lag auf 3 close 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 ach man ich hatte mein fucking stopwatch auf der falschen taste ey ich könnte heulen schade hier ist noch ein maokai an der seite boah ich hätte ihn so gefickt kann es sein dass ihr in der mitte gegangen werdet gleich ja 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 macht so viel damage grad wir haben jetzt grad ein mega dickes zeitfinder aber die kalister am vergleich zu mir komplett useless ist wir haben bot halt einen slow push ich komm bitte und wir versuchen zu sietschen wenn einer von den bot lane geht müssen wir das halt punishen dann die so hat kein cleanse und vielleicht müsste gleich wieder ab sein ok ganzer top lane noch stehen die können wir diven ah der hat verlieber die wave ich kann auch so einmal den top sich erholen ich hab keine wave ich kann das hier nicht unbedingt verhalten bleiben die mitte die beiden ja ja die stayen grad noch da macht's gewiss nicht aber das macht's fast am meisten sind dass wir auch mitte bleiben oder wenn wir hier zu komplett outpressern ihr könnt den turm einfach gehen maokai holen da kann er nichts machen ja das stimmt ich kann nur die frage ob die den vielleicht schneller kriegen ihr müsst wenn ihr euch anweht by the way oder den turret eins von beiden warum weil warte mal hier 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 dann wird er dich dann wird er dich dann wird er dich dann wird er raus wir haben jetzt halben wir kriegen wir kriegen wahrscheinlich mit der nächsten helft den turret noch mal kevin ich hab die kalister nein wenn du unter dem turm geroutet wirst dann greift dir das system automatisch die maokai an ach das meinst du ja oh fuck dann kriegst du agro jetzt nice zowie moved zowie moved zowie moved oh Kha'Zix du hast immer noch stopwatch ne ja ja aber sehr top nice kabin noch kill für kill drop pfff nice one toll kriegen wir nice direkt mitte oder zowie geht mitte jetzt mercury oder mercs oder gegen die mercs mercs ich werd fucking hier gehen ich werd fucking hier gehen bist du fein oder nicht hoffe ich mal können wir hier kollapsen ich werde durchlaufen ja zwar flash aber sherrod müsste noch auf cooldown sein scheiße ich muss base kill ist das hier aber die ist tot oder also die hat noch kein feast mach damage mach damage mach damage ja nice 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 kallista da hab ich ja alles das kommt er eh wieder zu in amимость ne 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 bürger er besser krägte push so oder so man kann es hat noch 1000 gold ungefähr bis played bis dahin bin ich zwei champions they were right so sie ich bin auch so ziemlich meint champions im vergleich zu sie und The world die wollen hat sie vielleicht bellen ich komme ich komme ich komme ich komme und den 50 war schon jemand für euch wenn ich in red bin Achtung hier, Soda, du bist diep. Das können wir fighten. Das können wir fighten. Kalissa ist super low. Oh, die Lämpchen sieht man fast gar nicht. Hast du gar nicht Flashen brauchen? Ich wusste halt nicht, der gehört, ich drehte dich aber jetzt. Ich habe 800 jetzt viel, ja. Das ist nicht so viel. Kalissa ist super low. Der hat keinen Black steht. Ja, ich geh. Oh, Dings ist Zoe. Kalista, Kalista, Kalista. Ken, ist gleich rooted. Ich kriege jetzt Stunt. Ich habe keinen Mana. Okay, hier. Aus, aus, aus. Ich habe keinen Mana. Einer move top, Maukay. Hat keinen World. Okay, du kannst das halten, ich geh bot. Ich würde Harald nehmen und dann mitpushen. Ich bin ganz viel sicherer, Leute. Ja. Ja, gut. Ich habe jetzt... Ich komme zu dir, ich komme zu dir, Kevin. Ja, ich komme zu dir. Gleich für Golems. Haralds auch wiederholt. Wir müssen jetzt das Spiel halt schnell halten, ne? Das Schlimmste, was wir machen können, ist jetzt chillen. Einfach die ganze Zeit weiter pushen. Wir sind so stark gerade. Wir brauchen Mission halt hier und hier. Und dann können wir über Midlane und Harald holen. Ja, wir sollten jetzt als nächstes auf jeden Fall den Harald angehen. In einem Judas Infernal. Wenn wir den Harald vorher kriegen, perfekt. Wenn nicht, sollten wir, glaube ich, Harald... Also ich push jetzt gerade die Botlane noch. Dann gehe ich Base. Und dann komme ich wieder zu euch. Aber das ist halt ein... Aber was sagt ihr? Also ich würde Harald als Wichtige als einstufen. Ja, Harald jetzt direkt machen einfach. Ja, ich würde Harald auch jetzt schon starten. Ist noch ein Ward. Kassix hier, Kassix hier. Sorry, Bot. Hier ist aber ein Ward. Mitte ist ausgebucht. Ich kann mal einfach starten. Kassix moved zum Drake. Also passt Bot auf, dass ihr euch tatsächlich nicht da habt. Ich bin Bot-based. Ja, ich meine gleich, dass ihr nicht sofort da habt. Ne, der Verteil ist noch nicht ab. Die T-Tarian gar nichts. Die kriegen nur Vision. Okay, der macht dich ready für TP. Ihr müsst Pinks mitnehmen, ich habe keinen mehr. Okay, ich bin auf dem Weg. Ich habe einen Pink. 20 bis Harald. Ja, aber es kann auch Harald noch mitgeplacen vorher. Ja, ja, ja. Guter Call, guter Call. Oh shit. TP, TP. Alter. Shen, Shen, Shen. Fucking Zoe. Nice. Ich komme auch. Zoe ist down. Ich komme, ich komme. Ich habe eine Redemption. Ja, okay, okay, dann kann ich bleiben. Pass auf. Wollen wir pushen oder Drake? Haben es da drauf? Tower und Drake, Tower und Drake. Katze ich es näher? Tower. Ein Hit, ein Hit. Ist fein. Hier schon mal Drake. Ja. Nice one. Sehr schön. Ich habe Kalista super gechunkt. Hier ist noch ein Pink. Hier sind zwei Pinks noch. Hier ist auch noch ein Pink gleich. Äh, nicht over-extend bitte gerade. Ja, einfach safe. So, okay, was ist der Gameplay jetzt weiter? Ich fick die Zoe den ganzen Tag weiter. Hier ist noch ein Pink. Hier ist noch ein Pink. Hier ist noch ein Pink. Kha'Zix hier. Einfach wieder wischen und ihr könnt gerade über Mitte und Bottom stehen. Der will mich dann geht schon. Der will mich dann geht schon. Der will mich dann geht schon. Könnte halt nichts machen so. Die P ist hier. Die P oben. Fährt nach rechts weiter? Einfach. Ich habe Blacksheet im Zweifel. Das sollte safe sein. Einfach zum Tower. Die können euch nicht bleiben, oder? Denk nicht. Kommt drauf an, ob du den in der Bubble einschliffst. Nein, der hat geflasht. Der hat geflasht, der Kha'Zix. Können wir gerade Blue für mich machen? Dann kann ich stayen. Yes. Kha'Zix ist runter zu der Wavekill. Jo. Okay, wir müssen das Spiel jetzt auch immer weiter schnell halten. Ja, ein Wavekill ist ja auch eigentlich nicht so sanig, oder? Können wir mit der Mitte einfach pöller? Können wir. 100% so. Ich kann die alle ficken. Wir müssen einfach nur mit Morgana-Quining nach was fischen. Dann ballern wir die Kha'Zix weg. Ich würde auch noch schnell resetten nach Wölfe. Wenn es geht. Ja, verlegen wir halt ein bisschen Tempo, ne? Ja, weil die Vision müssen nach vorne bringen. Ja, weil die Vision müssen nach vorne bringen. Ja, okay. Wie viel Gold hast du? Ein 7. Ja, auf jeden Fall. Deswegen. Ja, weil seit Harry gestayed. Nehme ich mir kurz den Redmond währenddessen. Jetzt Deeper Vision aufbauen. Wir haben eine gute Catch. Kommt die Gegner Vision klauen und auf zu Fehlern zwingen. Ja, komm. Dann. Es wird keine Gerüchte. Nein, ich muss. Ich reset dann auch fix. Ich mein, komm ich. Ich bin halt echt strong so. Und die Zoe ist halt fucking bad. So, ich kann den ganzen Tag gehen. Ich hole unten die Wave, ne? Puh. Wir müssen hier jetzt eigentlich schon hier und hier spüren. Ich hab keinen Klang. Können wir den Worte finden? Können wir den Worte finden? Ey, ihr seht Unterzahl, ne? Schöner Chunk. Okay. Pass auf, pass auf. Hier war ein Shen, ne? Nein, schönes Ding. Jetzt Mitte, jetzt Mitte. Ich push bot, ne? Ihr seid drei. Und ihr könnt immer noch runterziehen. Was auch Frau Kai auch von hier? Jo. Ja. Es geht nicht zu viel. Lass jetzt hier die Vision mit Bot aufbauen. Ja. Ich hab noch ein Wort leider nur. Ich packe hier hin. Fink hier rein. Dann ist das Team von vorne. Soll ich das überholen? Ja, ich komm hier hin. Wenn die zu mir rennt haben, komm ich fern sie ran. Ich mag sie mit Redemption. Kann sie gehen, kannst sie gehen. Ich bin noch ein bisschen weit weg, ne? Ich ruf auch. What? Bin dahinter? So wie es super los ist. Ich ruf auch. 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 Ja, ich ruf auch. Ich ruf auch. Okay. Ich ruf auch. Okay. Ich ruf auch. Wir müssen die totkriegen. Ich ruf auch. Okay, mal okay. Boah, schöne Johnny. 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 Oh, Kali sind da. Nice. Atticue. Atticue, nice. Kein Flash Kalista. Er ist hier, er ist hier. Wir müssen früh die Dings kriegen. Die Kalista. Ja, ich habe jetzt Flashdown. Ich kann da ohne Kevin nicht solo engagen. Ich sollte jetzt generell einfach auf mich warten. Ich bin so strong. Ich dachte, dass es besser klappt. Ich hatte halt Bot noch rausgepusht, so. Und dann. Ja, ja. War my bad. Ich habe jetzt keinen Flash für den nächsten Fight. Und ich brauche noch 200 bis Rabadons. Das würde ich ganz gerne noch abwarten. Barron ist bald ab. Dann würde ich sagen, Kevin Wott und wir spielen und Barron rum, oder? Ja. Hast du schon kippen? Super fast, ne? Also fast sind wir auch nicht. Das geht schon. Ich mache Wölfe, dann habe ich Rabadons. Vielleicht ist halt in den Furnal auch, ne? Ja. Das ist halt auch meine. Na, ich würde in den Furnal priorisieren. Weil Barron ist halt nicht, also wir haben halt keine gute Barron kommt, glaube ich. Die neue Morgana ist ziemlich strong bei Nash. Ja, eben. Echt, ja? Ja, ich habe Ultra hohen DPS. Okay. Okay, lasst mich kurz Base wegen Rabadons. Das ist nicht so klug, aber irgendwie habe ich es so gekauft. Weckschild größer. Ja, die Kalister ist nicht verkehrt, ne? Na, aber Beutzel ist halt immer besser. Aber ich habe ein bisschen reingedäubt und hat auf einmal ein Lead Leslie und dachte mir so, ja komm. Egal, egal. Ich mag auch kein Bot. Da ist ein Schalter. Top ist eine große Wave. Ich gehe die annehmen. Was ist der Plan, Leute? Ich push top raus, dann gehen wir in die Mitte und ficken die. 1,30 in Fall. Einfach preschern, Mitte preschern und in den Furnal ist in Fall. Ich recall nochmal für Money Wards. Wir brauchen zwei Pink Wards und dann können die da nichts machen. Good Gold, Chef. Wir haben ein Pink Ward ab. Oder fünf Pink Wards haben, dann können die Affen. Ich habe gerade sie ready. Okay, nice. Also Top lane kommt jetzt, ich gehe jetzt Mitte. Ja. Da werden wir einfach, wenn wir die hier bis hierhin gepusht halten und sobald der in Furnal ab ist, sind die zu late da schon eigentlich. Mitengagen jetzt? Oh, ich komm mal. Ich habe Ult. Wenn ich Ulten soll, einfach mal schreien, ne? Oh, hier ist ein Kha'Zix. Hier Kha'Zix. Hab ihn. Schön. Ja, der ist der. Der ist der. Der ist der Flash auch noch raus. Oh, wir müssen hier oben. Alter. Der ist der. Ich bin gesleept, ne? Kann ich mir blocken? Ja. Wo ist er? Komm bitte gerne. Jetzt sind Furnal 30, ist doch gut, ne? Da ist er später für den Furnal da. Komplette im Bild müssen jetzt auf vorne da. Wie lange der eben ist es? Katastrophäe blocken. Jungs. Peace. Ich hab kein Flash mehr für Kick und auch keine Wards. Ja, dann ist halt Omega-Low. Also das müssen wir immer blocken, ne? Ich hab Bleedemption. Soll ich stayen? Soll ich stayen? Würde ich sagen, oder? Kasi, die haben ja kein Jungler, ne? Kasi ist dann ab, wenn der Nash. Ja, genau. Also den können wir unmöglich abgeben, eigentlich. Ich mach jetzt Redemption hier. Okay. Oh fuck, ich hab Bleedemption. Ja, ja. Bis wann, bis wann? Pass auf. 70 Sekunden. Pass auf. Ja, müssen wir trotzdem. So ganz ehrlich. Ja, wir können das auch easy machen. Ja, ihr müsst einfach hier so ein bisschen rum. Ihr müsst einfach hier so ein bisschen von dem... Rausgehen 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 raus. Ich mach's den raus. Ihr beide macht nicht wirklich damage. Ja, ich könnte... Ja, stimmt. Okay, wir werden zu jedem bisschen damage. Können wir schießen, können wir schießen. Weitriff? Na, ma, 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 ma. Kalister dann ist das? Kalister, Kalister, Kalister. Ja, nee, raus, 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 raus. Ja, ne, raus, raus, raus. Ja, ne, raus, 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 raus. Was ist das? Achtung wegen Zoe, Bubble von hier. Was da auf? Ich geh, ich geh, Warte. Ah. Kha'Zix, komm ich, komm ich, komm ich. Wenn hier rauskommt, ist es okay. Alter, der Kha'Zix zieht mir, wenn er in 5 Leute reinspringt, trotzdem 90% Leben ab in einer Kombo. Der ist halt übel, innen ist die ganze Welt, wir brauchen diese... Ja, das ist halt so dumm, du kannst ihn nicht mehr sehen kannst. Ich komme mit 2 Pings. Wir haben den Nash wahrscheinlich jetzt. Ja, vielleicht kann ich da sogar was machen, ziemlich strong. Kann ich das so rechtzeitig kommen aus dem Kalister? Wir brauchen den Choga-Silence, wenn Kha'Zix niederdings ist, dass er nicht invest gehen kann wieder. Naja. Weil meine E spottet den ja nicht mehr und für meine Q ist er zu schnell. Ich bin aber noch ultra strong, wenn wir einen ganz normalen Seed spielen oder die uns versuchen zu engagen, habe ich den nächsten Fight wieder flashed. Ich glaube auch, dass wir die Team-Pads gewinnen sollen. Wenn ich dann Flash-Ulte und Anneke an meiner Seite ist, dann steht danach nichts mehr so. Ja, ja, ja. Hier ist noch ein Pink. Kalister QSS. Kalister QSS. Passt auf, passt auf, passt auf. Da auch. Da liegst du es unten? Kalister QSS. Da liegst du es unten? Kalister QSS. Kann mal gucken, ob ich den noch los sein kann. Planen? Nash abwarten oder selber flashern? Wir können doch nicht trotzdem flashern. Wir können doch trotzdem flashern. Naja, aber halt, dann gesittet. Wir geben Kha'Zix top lane away. Wir müssen nichts flashern, wenn wir keine Vision haben. Wirklich Vision auch. Kha'Zix hier? Ah. Aber Zori kann über die Wand, Vorsicht. Oh fuck, ich bin dingst. Alter. What the fuck ist das lächerlich? Kalister ist alleine. Kha'Zix Ult ist raus. 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 Komm bitte. Wir droppen. Kha'Zix Ult ist raus. Ja, ja, geht raus. Du musst leider ein Gage finden, sonst... So ist er jetzt. Nicht so ein freundlicher Geselle. Lass mich auch nach dem Bullshit hitten, ey. Das ist unglaublich. Das wird am besten mal. Nice. Wenn ihr da ein Autotec raufkriegt, kann ich die danach snaeren und wir können die töten. Oh, okay. Ah, stimmt. Und Stunt. Puh. Okay. Wir haben immer noch zwei entfernt. Jetzt habe ich jetzt das Item ready. Wir haben zwei entfernts und wir können, wenn wir, wenn wir gar nicht mehr weiter wissen, können wir auch einfach eins rein spielen und ich fick die Zoe. Das Ding ist halt, das Problem ist halt, wenn ihr halt auf die Zoe, auf die Kalista turnet, bin ich halt komplett schutzlos gegen den Kha'Zix und der kann ja jedes Mal werden. Ich glaube, es ist besser, wenn wir Front-to-Back spielen. Also wenn wir einfach das, was auf uns drauf springen, wenn wir den Kha'Zix zuerst fokussen, ist das glaube ich fein, weil ich kann die Kalista halt auch mit 3 Autotec töten so gefühlt. Hast du ja nicht den falschen Bild dafür? Für was? Für die Front-Clay? Nee, nicht Mau, okay. Ich meine halt Kha'Zix, wenn da reinkommt. Out. Ich kann halt auch jetzt, wenn ich einen Zons Flash habe für einen Kick gehen, theoretisch mit Black Shield. Hast du auch nice. Aber dafür bräuchte ich halt Black Shield. Ist halt immer so ein bisschen nackt. Ich meine, wenn er halt Tim nach hinten in die Backline von denen dasht und er Jenny reinflasht und dann halt der Kha'Zix auf mich rausspringt, dann verlieren wir den Fight halt wahrscheinlich. Außer ihr killt die schneller. Ich kill die schneller so. Ich bin halt 7-2. Steckt mir hier drin. Steckt mir hier drin. Haben wir den Pink? Kommt mir hier rein. Ich kann die kriegen. Kannst du mir Black Shield geben? Sneaky? Ja. Nee. Oh fuck. Passiert. Ich werde wahrscheinlich ge... Oh. Okay. Sorry, stopp grad. Ich glaube ich bin auf der Stelle geflasht, ey. Jack speaking. Wieder was? Das läuft. Hebel gehen rein. Komm, ich komm mit dabei. Das ist super lokal. Kai, das ist so hinter mir, hinter mich. blame99ious K6 K6 K6. joint K6 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 K2 k6 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 K6. ich habe so viel schilder aber ich kann hier nochmals hergehen wenn ihr wollt kein wort jump ich bin sowieso 20 die wiener auch noch mal wenn er können wir den russchen wenn die jetzt müssen wir den russchen egal kann auch so machen die werden ist nämlich ich bin auf dem weg ich glaube mit johnny kann man vielleicht so und dann gehen wir auf dem weg machen die machen wir haben kein jungler aber die am kalister komme hier drüber 3k 3k sowie 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 für die flyte oder die wir sind feiten oder nicht ja ja auf kalister up kalister 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 ich würde kiten nice johnny ihr kures es nice 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 einen hält hier kopp ich habe mir noch etwas dames ausdau jetzt hier einfach erstmal kiten Ich bin nochmal weg, ich bin nochmal weg. Äh, doch, ich hab's nicht gesehen, sorry. Good job, good job. Bitte runter, oder? Oder bot, bot, bot? Ja, bot lane ist cool. Bot lane ist cool, bot lane, bot lane, bot lane. Bleib bei mir, lass mich nicht allein, bitte. Karsix hier, Karsix hier. Hab ihn. Oh, was war das denn? Nice, nice. Maukay auch noch, Maukay auch noch. Den dicksten Fettsack hab ich auch noch. Oh! Oh, wo geh ich da hin? Ja, was? Zehn Sekunden, Kalista. Ja, wir sind jetzt dick überzahlt. Du hast noch gleich TP, willst du TP'n? Ähm, ja. Wir haben halt 30 Sekunden lang Überzahl. Du bist so fett, deswegen hab ich dich gesehen. Wallhack. Oder, also, ich glaub TP ist gut, oder? Aber Johnny ist halt mega long. Okay, dann das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Block, 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 block. Block, 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 block. Ich bin ja schon da. Ja, lass wieder raus. Ähm. Es geht aber kein Dings, um näher zu kommen. Ja. Einfach resetten. Nash ist ab, by the way. Reset und dann Nash. Kann sein, dass die dahin rufen schon. So wie die sich bewegen. Ja, sah ein bisschen danach aus. Bobby ist noch bot. Mauke ist noch tot. Kann sein, dass er wenn dann gleich TP't, aber sieht nicht so aus. Holt Pings, ne? Und hier irgendwen... Ja, ich hab drei Pings. Äh... Ich brauch 300 Gold, 200 Gold. Dann hab ich wieder Slot vorher. Dann hab ich Aegis. Ja, passt. Bis dann... Ja, wir haben jetzt 8 Pings, das ist erstmal okay. Nein. Ja, muss... Klarten die den? Ja. Ne, 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 ne. Ich hab nur den hier gestartet. Ey, lass mir mal Raptoren für Level 16. Hopp, 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 hopp. Lass mit dir erstmal wieder Pescher holen, ne? Die ist irgendwo gewardet. Boah, halt 100 Gold für Aegis und dann kann ich auch pink. Oh, sorry. Das war natürlich dann ein bisschen... Ja, dann lass den eben die 100 Gold für pink ward. Eie, das hab ich jetzt leider... Ja, mal bitte reinpushen. Ach, du machst so viel Damage. Also ich hätte jetzt Aegis, aber noch kein Gold für den Pink. Oh, genau. Aber ich bin block, 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 block. Ich bin gesiebt, ich bin gesiebt. Alter. Ich bin gecatcht. Ich bin gecatcht. Lass nach hinten, erstmal nach hinten. Kommt hier rein. Passt auf den K6 auf. Geh, peh, 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 peh. Lass mich erstmal... Wir müssen jetzt erst zurückgehen. Wollt grad sagen. Ich bin so useful. Oh, ich bin so useful. Ich habe das sehr nice. Du musst nur gucken, dass die jetzt nicht nash gehen, ne? Ja. Ja, das war nur nix von uns. Wir haben da noch immer n ward. Hier ist noch gewardet, ja. Die fangen ihn an, die fangen ihn an. Die fangen ihn an, die fangen ihn an. Über die Mitte, ja. Über die Mitte. Okay, komm. Die machen nash, die machen nash. Ja, ich weiß. 5k, 5k, 5k. Ich bin gleich. Ich geb dir Black Sheet. Nein. Aber doch. Ich hab damage auf nash. Ich hab nash! Nice, nice, nice. Ich komm hier, ich komm zu Shen, 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 Shen. Lass Kevin das denken da. Kalista, Kalista, Kalista. K6, K6, hab ich. K6, 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 denk dran. Ich hab Zoe, ich hab Zoe, ich hab... Okay, die hat's gelingt. Komm wieder zurück. Kevin kommt zu mir, ich hab ein Black Sheet. Mitte, 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 Mitte. Finish, 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 finish. Ich hier noch. Ich kann GP. Ah ne, ich brauch eigentlich GP. Alter, ich spiel nächstes Game wieder Karma. Das ist so fucking insane impact ich hab, alter. Also Mugenus aus der Balance auf dem Patch, muss ich sagen. Alter, mit dem Black Sheet macht nichts Spaß, alter. Da kann's ja mal rein. What the fuck. 30, können wir das enden? Ja. Ding schon, oder? Ja. Mal gucken. Einmal Turrets, einmal Turrets. Turrets, 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 Turrets. Ich hab Kick in 3 auch wieder. 2 auf K6. Einfach finish, 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 finish. Der ist scheißegal. K6, K6, wenn der kommt. Nee, finish. Alter, finish die Scheiße. Rechtsklick ja schon. Nice run. Das ist ja gut. Komm, jetzt muss seins. Wenn wir die einen Fight da nicht nehmen, wo die Baron kriegen, dann ist das auch schon schneller vorbei. Ja. Boah, jetzt bin ich wieder wach, alter. Nachher noch Casino?